So die Jungs kommen jetzt, 3-2 gewonnen. Ganz kleines Fazit, 1. Halbzeit durchwachsen, Freundschaftsspiel, 2. Halbzeit, schönen Tempo, war gut drauf, schöne 3 Tore gemerkt, Ito war gut, Luis hat ohne Dampf gemerkt, Aaron war auch gut. So, aber davon ist es eine gute Leistung, 2. Halbzeit, da kann man dran aufbauen. So sehe ich das, alles klar, schönen Abend noch, nur der HSV, tschüssi, tschüss.